Düsseldorf ist Köln, mein lieber Babakowentchen. Wir müssen in den Perils gehen. Meine lieben Freunde, heute fahren wir nach Düsseldorf. Es ist ein bisschen klein, aber wir machen es alle zusammen heißen und heißen. 3 Stunden so. Ja Leute, heute wird es ein bisschen eng hier bei uns in Naudor. Aber was wollen wir machen? Wir wollen ja alle auf die Convention. Wir haben halt nur diesen kleinen süßen Mini Kupa. Und die kleinen süßen Jungs hinten, die haben sich schön gemütlich gemacht. Hi. Aber wird bestimmt lustig und ich wünsche euch viel viel Spaß heute in unserem heutigen Vlog. Auf dem Weg nach Düsseldorf. Auf die Babakowentchen. Das ist unser erstes Mal. Unglaublich. Drei Jahre gibt es sie schon. Und wir sind gespannt, was uns erwartet. Enjoy. Leute. So, meine Lieben, wie ein richtiger Geschäftsmann brauchen wir auch unsere Visitenkarten. Die haben wir vergessen und wir gehen kurz mal in den Salon. Was close the door, man. Komm. Warte ich schon mal in unseren Salon. Natürlich warte ich schon mal in unseren Salon. Aber jetzt geht ihr mal Backstage rein. Sonntags morgens. Go back. Malaka. 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 I forgot. You forgot to take it out. Oh, it's close. Go from here. I go from there. Take the camera. No problem. No problem. Spaß, Alter. Look, bestes Geräusch, das es gibt. Oh, ich liebe es. Oh, und dann. Ja, meine Lieben. Diesen Elevator hat Adolfo gebaut. Vor ungefähr 100 Jahren. Deswegen, der hat richtig Power. Der fährt 1400 kmh. Also Leute, jetzt sind wir bereit. Wir haben unsere Karten geholt. Und jetzt... Let's go. Die Leute warten für uns. Wohin? 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 Malala. Du bist wie kleine Kinder. Du wirst noch Pipi machen. Wirst du noch Pipi machen? Wirst du noch Pipi machen? Wirst du noch Pipi machen? Schon wieder hoch jetzt? Nein, noch gar nicht. Schon wieder hoch. Ja. Wir müssen Kerosin tranken. Weil dieses Auto fährt nur mit Kerosin. Wir brauchen Kaffee. Was für Kaffee? Ja. Und diese Leute brauchen auch Kaffee. Und was ganz wichtig. Wir haben es extra so gemacht, dass wir so eng miteinander sitzen. Das gehört zum Team-Spirit. Ein bisschen Team-Spirit. Keine Zeit, lass uns einen Kaffee trinken. Aber wir können... Was wollt ihr? Irgendwas anderes? Wollt ihr andere, normale Getränke? Ja, man. Wasser. In Wasser ficken Fische. Düsseldorf, Haftstraße 110 A. Ja. 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 Ja.